Das gefährlichste Gesetz in Deutschland und das schlechteste. Am Schluss dieses Videos wirst du mir Recht geben, auch wenn du der erste Hardliner-Prohibitions-Anti-Drogen-Politiker bist, den Deutschland je gesehen hast. Ich hoffe, ich werde dich überzeugen. Es geht um § 30a Absatz 2 Nummer 2. Das Handeltreiben in nicht geringer Menge mit Waffen. Es geht um Betäubungsmittelstrafrecht. Aber die Norm ist so krass rechtswidrig in der Anwendung, dass es für jeden interessant ist. Weil es so lächerlich ist, wenn es nicht so traurig wäre. Es geht um § 30a Absatz 2 Nummer 2 BTMG. Wer in nicht geringer Menge, also in größerer Menge mit Betäubungsmitteln Handel treibt oder sie einführt zum Beispiel und dabei eine Schusswaffe mit sich führt. Oder einen anderen Gegenstand, der zur Verletzung von Personen geeignet oder bestimmt ist. Das ist der Tatbestand. Und dafür gibt es dann mindestens 5 Jahre. Dann ist der Strafrahmen 5 bis 15 Jahre. Das ist das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und der Mit-sich-Führer einer Schusswaffe. Der Gesetzgeber damals, als er diese Norm eingeführt hat, dachte sich, das war im Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Es ging darum, man wollte das bandenmäßige Handel treiben und das Handeltreiben mit Waffen unter Strafe stellen, schärfer unter Strafe stellen. Der Gesetzgeber hat sich vorgestellt, die Mafia, zwei schwarze Vans in der Tiefgarage, die Kilos Kokain liegen im Kofferraum und die Kalaschnikow daneben. Der eine hat irgendwie die Revolver, die anderen haben die Kalaschnikow und wenn einer irgendwie nur zuckt, dann sterben drei. Es geht darum, dass verhindert werden soll, dass bei solchen Verkaufshandlungen, dass da jemand verletzt wird. Es soll verhindert werden, dass Waffen mitgeführt werden, damit niemand verletzt, wer verletzt wird oder zu Tode kommt. Und deswegen diese hohe Straferwartung. 5 Jahre, wenn jemand beim Dealen in größeren Mengen eine Waffe dabei hat. Irgendwie auch nachvollziehbar. Irgendwie. Aber Punkt 1. 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Ich erkläre mal ganz kurz, wo du noch 5 Jahre Mindestfreiheitsstrafe bekommst. Für den Totschlag. 5 bis 15 Jahre ist auch die Straferwartung beim Totschlag der Strafrahmen. Bedeutet, der Gesetzgeber sagt, ja, wenn du jemanden umbringst, kriegst du 5 bis 15 Jahre. Aber wenn es mit Betäubungsmittel zu tun hat, dann reicht es, dass du eine Waffe dabei hast, dass du 5 bis 15 Jahre bekommst. Weil es ist ja so gefährlich, dass vielleicht jemand stirbt. Zweites Beispiel, die Vergewaltigung, die sexuelle Nötigung. Bei der Vergewaltigung musst du eine Waffe verwenden, damit du 5 Jahre Minimum bekommst. Im Betäubungsmittelstrafe musst du die Waffe nur mit dir führen. Du musst sie dabei haben. Das kann mir niemand erklären. Und dann ist die irre Anwendung dieser Norm. Weil du denkst, wenn du jetzt an die Mafia in der Tiefgarage denkst, ja, ist schon heftig. Das ist irgendwie schon nachvollziehbar, dass es da 5 Jahre gibt. Aber es steht ja im Gesetz, du musst eine Schusswaffe dabei haben. Ja, Schusswaffe stelle ich mir vor, ein Kult, ein Kalaschnikow, ein Gewehr. Ja, Schusswaffe, sagt die Rechtsprechung mittlerweile, ja, ist ja auch eine Gaspistole, wo der Gasdruck nach vorne austritt. Das ist auch eine Schusswaffe. 5 Jahre. Und dann gibt es ja noch den anderen Gegenstand, der zur Verletzung von Personen geeignet und bestimmt ist. Und das kann zum Beispiel sein, ein Baseballschläger, ein Schlagring, ein Kampfhund, ein Golfschläger. All diese Gegenstände können geeignet, ein Küchenmesser, ein Teppichmesser. Wir hatten schon Fälle mit Teppichmesser. Diese ganzen Gegenstände fallen teilweise, je nach Einzelfall, auch unter die Norm. Das kann nicht wahr sein. Weil du dir denkst, auch als Nicht-Jurist, denkst du dir, ja, der gefährliche Gegenstand einerseits, der muss schon irgendwie auch vergleichbar sein zur Schusswaffe, weil sonst hätte der Gesetzgeber ja wohl nicht die Schusswaffe reinschreiben müssen, sollen. Weil hätte es ja gereicht, wenn er schreibt, wenn er einen gefährlichen Gegenstand dabei hat, weil dass eine Schusswaffe gefährlich ist, ist ja sonnenklar. Und dann, dass wahrscheinlich jetzt viele in Angst und Schrecken versetzen wird, hier draußen, die nicht geringe Menge. Nicht geringe Menge, stellt man sich jetzt irgendwie so 5 Kilo vor, aber nicht geringe Menge wären zum Beispiel so, können schon sein, irgendwie so 30 Gramm Amphetamin. Oder aktuell noch, vor der Teillegalisierung, so 80 Gramm Marihuana, 60 Gramm Marihuana. Da wären wir schon im Bereich der nicht geringen Menge. Und dann kommt die absolute Krönung. Im Gesetz steht mit sich führen. Du musst die Waffe, die Schusswaffe oder den gefährlichen Gegenstand, der muss mit sich geführt werden. Mit sich führen. Wenn jetzt jeder von uns mal einfach nachdenkt, ohne ins Gesetz zu schauen, ohne in den Kommentar zu schauen, einfach nur denkt jeder für sich nach. Was ist denn mit sich führen? Da würde jetzt jeder sagen, ja, wenn man es halt dabei hat, wie ein Handy, so, ich habe es in der Tasche, ist mit sich führen. Ich habe es in der Hand, klar. Ich habe es im Rucksack, ja, vielleicht auch noch. Ich habe es im Auto, in der Konsole, griffbereit, im Handschuhfach, ja, da wird es schon eng. Was macht die Rechtsprechung? Die Rechtsprechung sagt, ja, also, die Aufbewahrung, wenn du Betäubungsmittel verkaufst, ist ja auch Handeltreiben. Also, wenn du was verkaufen willst, musst du es ja auch irgendwo lagern. Das heißt, wenn die Betäubungsmittel bei dir im Keller liegen, ist das ja schon Handeltreiben. Und wenn du dann jetzt quasi im Keller sitzt, ganz alleine mit dem Messer, ist das mit sich führen beim Handeltreiben. Dass keine Person, weit und breit, du wohnst, du kannst irgendwo in der Prärie wohnen und 100 Kilometer weit ist kein Mensch, wenn du dort sitzt mit deinen Kilos und hast das Messer in der Hand, um dich notfalls zu verteidigen, dann wärst du strafbar, Mindestfreiheitsstrafe 5 Jahre, weil die Rechtsprechung sagt, ja, du hast ja das Messer mit dir geführt. Dann führt es so krassen Auswüchsen, dass wenn jemand Handeltreiben am Telefon, das heißt, du organisierst irgendwie die Lieferung von A nach B und theoretisch wär auch das mit sich führen, nach Teilen der Rechtsprechung. Das heißt, es wär theoretisch mit sich führen beim Handeltreiben, weil wenn du telefonierst, dann handelst du ja. Und wenn du dann das Messer in der Tasche hast, wär mit sich führen. Und das Allerschlimmste, dass die Rechtsprechung so weit geht und sagt, ja, und mit sich führen ist ja auch schon, wenn man sich der Waffe dann auch entsprechend schnell bedienen kann. Das heißt, wenn man die Waffe relativ schnell erreichen kann, ist auch schon mit sich führen. Und deswegen zu meinem vorherigen Beispiel. Wenn die Waffe im Handschuhfach liegt, würde ich auch sagen, ja, kann man irgendwie noch diskutieren, weil es öffne ich, zieh raus, fertig. Aber, da sind wir wieder bei der Lagerhaltung. Bei dir im Keller, wenn das Messer im Schrank liegt, mit sich führen. Und da reichen ein paar Sekunden. Das heißt, wenn du es innerhalb von ein paar Sekunden erreichen kannst, bist du schon im mit sich führen. Das bedeutet, deine Kilos liegen im Schrank, deine Waffe liegt im Raum weiter auf dem Schreibtisch. Und da sagt der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung, ja, also wenn du das innerhalb von 5, 6, 7 Sekunden erreichen kannst zum Beispiel, dann ist das auch mit sich führen. Und das ist der Skandal. Im Gesetz steht mit sich führen. Und im Strafrecht gilt das sogenannte Analogieverbot. Das heißt, wenn im Gesetz steht A, kann das Gericht nicht sagen, ja, aber B ist genauso schlimm, jetzt wirst du für B genauso bestraft. Weil im Gesetz steht halt nur A. Deswegen ist auch nur A strafbar. Und das Gericht kann nicht sagen, ja, machen wir aber B analog, dann wirst du für B genauso bestraft. Das ist das Analogieverbot. Und der Gesetzgeber sagt, wenn die Waffe bei dir im Schrank liegt, ist das auch mit sich führen. Also wenn du 100 Passanten auf der Straße fragst, dann werden dir alle 100 eindeutig sagen, das, was im Schrank liegt, ist nicht mit sich führen. Oder stelle mir anders die Frage. Ich sage, ein Gegenstand, ein Handy liegt im Schrank und ein anderes Handy habe ich in der Tasche und gehe damit raus oder ich sitze auf der Couch. Bei welchem Gegenstand würdest du jetzt sagen, den habe ich mitgeführt? Wo ist mit sich führen gegeben? Im Schrank, auf der Couch oder beides? Ich würde sagen, dass 100 von 100 sagen werden, nicht beides, sondern nur das, was du bei dir am Körper hast. Und das ist das Irre. Ich kann doch nicht als Gesetzgeber eine Norm erfinden, die genauso hart bestraft wird wie Totschlag im Betäubungsmittelstrafrecht und die dann auch noch so weit auslegen, dass du schon drunter bist nach aktueller Rechtslage, wenn du 15 Gramm Kokain im Couchtisch hast und eine Schreckschusspistole daneben. Fünf Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Was denkt sich ein Gericht dabei, solche Urteile zu erlassen?